Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft Und heute mit super duper guter Laune Ich wünschte euch die Laune von gestern, denn die war noch witziger Also... Heute, es ist schon ziemlich lange her, seit ich das letzte mal eine Aufnahme gemacht habe Das heisst, ich habe gerade keine Ahnung, was wir das letzte Mal getan haben Aber hier ist immer noch... Was ich weiss, ist, dass man mal irgendein Problem hat mit den Diamanten, ne? Dass wir die ganze Zeit das Gefühl haben, dass hier ein Diamant versteckt ist Und drüben in unserem schönen Regenwald... äh... Auch noch ein Diamant versteckt ist Wenn er nicht hier ist... ne, hier ist er nicht Das heisst, wir hätten eigentlich zwei Diamante und das könnte eigentlich... Da könnten wir eigentlich ein Diamantschwert machen, ne? Aber... ja... Da müssen wir zuerst wieder rüberlatschen und uns den Diamant dort holen Andererseits bräuchten wir auch mal endlich... Warte mal kurz, ich mach mal schnell die Musik noch an So... Andererseits bräuchten wir natürlich auch endlich mal ein Enchantment Und ich muss da was schauen, ob ich da... Ja, ähm... der Optifine-Mod ist drin... Und wir spielen wieder mit Honey Balls Texturenpack In der Version 1.2.5 natürlich Der MadMouse-Mod ist auch wieder dabei Und... Der... Also... Es ist der Shader-Mod, aber die Schatten sind ausgeschaltet Und einfach nur das Gras bewegt sich, damit wir wenigstens ein bisschen davon haben Und ja, ich hör's schon, ich glaub wir haben in der letzten Folge endlich mal Katzen gefunden Tatsache, hier ist ne Katze, gibt's ja nicht Mann, das ist ja ne... boah... Ist schon zu lange hier jetzt... Ähm... Oder... Naja... Ist ja wurscht jetzt... Scheiss egal... Also was tun wir denn jetzt? Ich glaub wir haben das letzte Mal haben wir Obsidian abgebaut... Uh... Uh... Äh... Hab ich das irgendwo... Da... Uiuiuiuiui... 31 Obsidian... Das ist ja mehr als ich dachte... Ich dachte wir hätten eben 21 oder so gesammelt... Meine Fresse... Ach ja, Sand... Jetzt kann man ja schöne Dinge mit Sand machen, eh... So... Spezielle... Sandstein-Teiler... Was haben wir hier noch? Moos... Und da... Wo... Eine Menge Stonebricks... Aber eigentlich wollte ich auch mal endlich mal was... Ähm... Hier machen... Und zwar da unten in der leeren Ecke... Wir haben ja hier, ne... Ganz verschiedene... Farbene Wolle von den netten Schafen da draussen... Und da dachte ich mir... Wir können doch mal... Äh... Ausnahmsweise mal etwas anderes machen... Als sonst immer... Und zwar... Was nehmen wir da... Komm wir nehmen mal hellblaue Wolle mit... Und dann... Was nehmen wir noch? Schwarze Wolle nehmen wir mal noch mit... Holz haben wir dabei ein bisschen... Okay... Und dann... Äh... Nehmen wir noch Slaps mit... Haben wir denn noch... Slaps... Irgendwo... Vielleicht... In der Kiste... Ja... Vor allem in der leeren Kiste... Äh... Äh... Sonst... Hm... Sonst nehmen wir mal das... Ja... Guck mal... Wir haben echt keinen Slap... So... Da ist Cobblestone... Sonst nehmen wir einfach mal vorübergehend... Von denen hier ein paar... Äh... Lalalalalalalala... Nein... Nuck... Nein... So... So... Dann... So... So... Und nochmal eins... So... Nehmen wir einfach mal die hier... Scheiss drauf... Und das hier nehmen wir mal... Und das hier brauchen wir... Und das hier brauchen wir... Und das hier brauchen wir... Und ja... Das war ja ganz doof von mir... Also... Diese Ecke hier... Die Ecke... Oh... Jetzt ist glaube ich... Warte mal... Ist der Bug jetzt eigentlich weg? Muss ich gleich mal schauen... Ob hier... Wenn ich hier die Spitzhacke nehme... Ne... Und dann... Oh... Die Diamantspitzhacke... Und dann das hier weg nehme... Und jetzt in der 1 rantue... Dabei hat er so... So ein Schatten Bug... Ist denn das? Ne... Ne... Ach... Scheisse... Naja... Dann lassen wir halt das mal so... Vorübergehend... Und jetzt machen wir mal... Mal überlegen... Wie machen wir das am besten... Vielleicht... So... Und ähm... Ja... Da... Und gleich noch einen... So... Ist schon ein Riesenteil... Ne... So... Das sollte ein Sofa darstellen... Wenn man das nicht gleich sieht... Und dann... Kommt hier... Gegenüber... Ja... Vor das Fenster... Ich weiss... Aber was soll ich... So... Und dann... Zack... Zack... Was ist denn das für ein... Entweder... Legts grad... Ziemlich... Also ja... Es legt auch ein bisschen... Hab ich so den... Oh... Oh... Den Optifine genommen... Damit... Damit wir hier... Auch mit Shadermod spielen können... Aber das hat auch perfekt funktioniert... Bis dann... Fraps gestartet ist... Und ja... Den Rest ist... War ja klar... Ne... Also... Sonst... Hm... Wie mach ich doch den Rest? Mal wieder wegnehmen... So... Hm... Mal überlegen... Ich bin glaub ich eh eins zu weit... Ach... Hm... Das ist jetzt... Ein bisschen... Naja... Oder soll ich da mal... Hm... Das ist jetzt... Ziemlich... Schwierig... Also da drunter... Können wir an Büchel... Büchel... Ähm... Regale hin tun... Wenn wir denn das hätten... Ja... Warte mal... Ja wir haben hier eine Fackel... Ne wissen wir aber... Wir wurden mal von einem Creeper in die Luft gejagt... Der... Ziemlich sicher hier im Haus gespawnt ist... Und das war nicht so toll... Darum haben wir jetzt hier eine Fackel... Das weiss ich noch... Wow... Ich weiss noch so vieles... Aber das glaube ich auch eine uralte Folge... Ne... Wo uns da der Creeper in die Luft gejagt hat... Das ist ziemlich... Das ist irgendwie... Nicht so... Klasse... So... Hm... Ist ja... Naja... Ein bisschen... Gewöhnungsbedürftig... Würde ich jetzt mal sagen... Da können wir eigentlich Bücher... Bücherregal noch hin... Wenn wir denn das hätten... Da drüben ist da unsere... Plantage... Aber ich glaube ja nicht... Den Dorm holen wir mal schnell... Ups... Das ist die falsche Giste... Äh... Weisse Wolle... Die blaue mal zurück... Da mal weisse Wolle mitnehmen... Und dann... Wie ging es das schon wieder mit... Ging das mit Stickies? Ich weiss gar nicht mehr... Gucken wir mal ausprobieren... Ähm... Ich hoffe jetzt es ging mit Stickies... Sonst ist es totale Verschwendung... Was ich hier mache... Aber doch... Müsst ja... Ja... Müsst ja eigentlich mit Stickies gegangen sein... Okay... Super... Sonst könnte... Wir können dann ja auch sonst... Und mal ein bisschen Bilder aufhängen... Hier... Ne... So... Und jetzt... Nein... Ne... Äh... So... Ne... So... Ne... 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 Ah... Ne... Äh... Wie bring ich denn das jetzt hin... Oh... Jetzt verfällt mir gerade ein... Ah... Mensch... Es gibt ja gar keine Dreie Bilder... Das ist jetzt ein bisschen... Naja... Mist... Warte mal... Das ist... Das ist ja wirklich... Drei breit... Und das ist zwei breit... Ah... Das ist jetzt aber echt scheiße... Komm... Dann lasse ich das mal mit dem Fernseher... Dann sehen wir hier mal... Halt mal nicht so modern... Und... Hier... Ähm... Ja... Komm... Ich reiss da mal... Ein Teil wieder weg... Dass mit das nicht ganz so riesig ist... Und dann... Das hier noch weg... So... Und... Jetzt ist es auch ein bisschen kleiner... Und... Ja... Ich denke das ist ein bisschen passender... Vielleicht hätte ich eine andere Farbe nehmen sollen... Aber... Naja... Das lassen wir jetzt mal so... Ne... Achja... Und wir hatten ja mal ein Golem gebaut... Ne... Irgendwann einmal... Oh... Wartet mal... Ach... Mist... Ich hab nichts getan... Es war nie auf Peaceful... Und... Da kommen... Oh... Oh jetzt... Wenn wir fast ein Enderman vorderglotzig ist... Spawned... Ah ja... Toll... Das wäre ganz witzig gewesen... Warte mal... Ich mach hier mal... So... Und jetzt... Wo ist er denn? Ah... Da ist er... Hat er mich gesehen? Ich glaube er hat mich gesehen... Ne... Oh... Ja... Er hat mich gesehen... Ok... Na... Komm ran du... Scheiss... Kerl... Genau... Komm in mein Haus rein... Hast ja genug Platz... Mist... Oh... Hey... Ach schon wieder Ruhe... Unruhe Stiftung schon wieder... Gibt's ja nichts... Wo ist der Scheiss Enderman? Na toll... In das... Wie? Hallo... Psst... Hallo... Enderman... Enderman... Wo ist er denn? Haben wir... Haben wir oben eigentlich drei hoch oder zwei hoch? Schauen... Zwei... Zwei... Ne... Nein... Eigentlich drei... Ok... Wo ist der... Verflickste Enderman? Oh... Oh... Hei... Jai... 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 Den Lärm der nicht auf... Oh... 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 Wo ist denn der Enderman? Oh... Warte mal... Kann ich das jetzt auch... Oh... Ja... Oh, da ist ja noch einer. Huch! Äh! Hilfe! Oh oh! Stirb, Kartoffel! Stirb! Ja, ja! Pelle, Pelle, Pelle! Pelle? Oh! Die lassen nie eine Belohnung vor. Ja, jetzt... Meine Fress. Oh, ich hatte jetzt weiter Endermen. Muss ich jetzt... Hallo, Endermen? 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 Ne? Wo ist denn der? Der macht mich noch ganz irre hier. Sonst gehe ich raus und dann... Äh, vielleicht ist es nicht so eine tolle Idee, rauszugehen. Oh, guten Tag. Der Herr. Wartet mal, ich muss mal schnell hier. Ähm, ja, ne, und so passt nicht ganz. Ne, das passt auch nicht. So, das. Und vielleicht nicht... Ups, das ist... Bisschen leise, so. Also, wo ist denn jetzt der verflixt Endermen? Danke. Jetzt. Okay. Oh, und auch der hat keine Perlephanen gelassen, diese Mistviecher, ey. Ich geh mal von der Platte runter, willst du uns umbringen? Idiot. Scheißhund. Hm. Ja, ich nehm mal gleich mal das Fernglas zur Hand, ne, und schau mal, ja. Uncreeple. Ja, das ist total kronknack gemacht, ich weiß. Äh, ich schreib's auch hundertmal in die Kommentare, ist mir wurscht. Okay, ähm, dann, äh, wartet mal, was soll ich denn eigentlich hier? Ja, Zuckerrohr. 18. Ist das alles, was wir haben? Ach, ne, nicht ganz. Ähm, ja, ach, den Diamant, den... Hm, das ist... Äh, halt mal, ich will... Jetzt haben wir ja ein Buch, ne, und wir haben einen Diamant, ne, und wir haben... Aber keine Bücher... Büchergestelle... Bücherregale, Entschuldigung. Äh, wie mach ich denn jetzt das? Ähm... Wir brauchen bestimmt noch ganz viel mehr Zuckerrohr. Aber das Enchanting Table könntest du dir jetzt schon machen, aber dann hab ich nur noch einen Diamanten. Äh, der da drüben ist. Und mit einem Diamanten können wir dir kein Schwert machen. Aber ich glaube, Enchanting ist langsam ein bisschen wichtiger, wegen Level und so, ne? Äh, wenn wir... Wenn's uns da mal, ne? Wenn wir da mal verrecken, böse gesagt... Dann ist das weg, das schöne Level. Und wir wollen ja in dem Nether und in dem Nether mit Level 29... Ist ja nicht so... Ist ja nicht so... Naja... Andererseits... Ohne Diamantschwert in der Nähe trist auch nicht so... Naja... Also... Äh... Denk ich mal, ist hier einstimmig angenommen, dass wir hier mal... Ne... Tsk... Ach Mist, braucht man... Ach schön, wenn alles so in der Nähe ist. Den Diamanten, so... Jetzt, wie geht das schon wieder? Da in das Buch in der Mitte... Ein Buch in der Mitte... Äh... Dann Obsidian rum... Und ich glaub, dann kommt der Diamant... Drauf. Äh... Okay, oder ist es so? Auch nicht. Oder so... Auch nicht. Oder ist es vielleicht... So... Auch nicht. Oder so... Auch nicht. Mist! Mal schnell... Mal schnell das... Handy hervornehmen... Und schnell spicken? Gibt's ja nicht. So hab ich das... Ich hab's erst gerade nachgeschaut... Und jetzt... Hab's schon wieder vergessen... Äh... Minecraft... Minecraft... Was ist Minecraft? Minecraft... Minecraft App... Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Äh... Hallo? Boop! Bin ich jetzt... Nicht mehr ganz dicht...